Der Sport Award steht vor der Tür und deswegen sind wir heute bei einem der Nominierten und zwar bei Gerald Marzenell, dem Trainer von Grün-Weiß Mannheim bzw. dem Teamchef. Gerald, wir kennen uns schon eine Weile, du hast schon viel erlebt. Wie spannend waren die letzten beiden Jahre auch für euch als Grün-Weiß? Total spannend, das ist wirklich was Besonderes. Wir sind letztes Jahr Vizemeister gewesen, ein deutscher Vizemeister, hatten Matchball zur Meisterschaft, da haben noch zehn Zentimeter gefehlt, um Meister zu werden und die Geschichte ist dann dieses Jahr zu Ende gegangen, 2018. Wir haben dann die Matchbälle genutzt, wir haben 27 von 28 Einzelne gewonnen am Anfang und sind dann am Ende Deutscher Meister geworden. Das war ein Highlight. Die letzten beiden Jahre, die waren genial. Top Trainer, die Nominierung, gleichzeitig Top Team für die Mannschaft. Wie viel Stolz ist da auch dabei für dich und auch für das Team? Ja, sehr viel stolz. Es ist wirklich eine Ehre und eine Auszeichnung für unsere Mannschaft und ich kann als Trainer immer nur das machen, was die Mannschaft auch hergibt und ich versuche, dass die Jungs einfach zusammenbleiben und zusammenzuhalten. Aber für die Mannschaft ist eine riesen, riesen Ehre und die freuen sich alle. Ich habe das denen gesagt am Wochenende, dass wir nominiert sind oder Montag gesagt, dass wir nominiert sind und alle waren total happy und haben gesagt, super toll. Vor allen Dingen, wenn man sieht mit so großen Sportarten, mit großen Mannschaften wie Hoffenheim zusammen in einem Topf oder mit den Rhein-Neckar-Löwen. Also das ist für das Tennis insgesamt eine ganz tolle Werbung. Ja, du hast schon angesprochen, große Konkurrenz auch vorhanden. Warum klappt es trotzdem, dass wir am Ende dann am 19.11. Gerald Marzenell auf die Bühne bitten dürfen? Das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Entscheidung. Nein, also wir sind sehr stolz, soweit wie wir jetzt sind und alles andere, was jetzt noch ist, das ist dann wirklich ein Bonus und wir sind glücklich mit der Mannschaft dabei zu sein. Als Trainer, wie gesagt, konnte ich nur meinen kleinen Teil dazu beitragen und alles andere lassen wir jetzt auf uns zukommen. Aber es wird ein toller Abend bestimmt in Heitelberg, in der Stadthalle und wir freuen uns drauf. Es werden auch viele Spieler da sein und ja, schauen wir mal. Ja, welcher Stellenwert hat das ganze Event auch für die Region, für den Rhein-Neckar-Sportkreis auch? Ja, insgesamt finde ich das eine ganz tolle Veranstaltung. Ich durfte am Montag bei der Pressekonferenz dabei sein und das ist wirklich für die Region riesig. Die besten Sportler der Region, der beste Sportler, die beste Sportlerin, die beste Mannschaft, dann Lifetime Award und so weiter. Das sind ganz tolle Auszeichnungen und das sind auch für viele Menschen oder für viele Sportler eben auch Lohn für Jahre, ja manchmal jahrzehntelange Arbeit und Mühen und insofern ist das eine wunder, wunderbare Sache, die alle zwei Jahre ja stattfindet. Gerald Marzenl, vielen Dank. Danke.